Bequem auf dem Sofa sitzen und kabellos im Internet surfen. Ohne Wi-Fi undenkbar. Was aber, wenn das Signal nicht überall gut ist? Produkte von DEVOLO sollen dabei helfen. Funktionieren dazu über die sogenannte PLC. Bei Powerline Communication werden Daten über das vorhandene Stromkabel transportiert. Jede Steckdose wird so mit dem Adapter zu einem zusätzlichen WLAN-Router. DEVOLO hat diese Technik seit vielen Jahren permanent verbessert und hat die Technik verwendet.